Ja, das ist lustig, weil mein allererster Film, German Prime Movie, 1991, wohl lief er in München im Werkstattkino. Wir lieben es sogar vier Wochen hier. Was ja super war. Das hat uns aus der finanziellen Misere gebracht. Also, das war so die Bastion. Und jetzt bin ich froh, die ganze Woche laufen ja alle meine Filme hier. Wir haben gerade gesagt, ganz zum Schluss kommt Amoklauf. Danach wird auch keiner mehr in anderen Filmen sehen, glaube ich. Der ist so wie Rampage ohne Fun. Von daher finde ich das klasse, dass mal so eine Mini-Retrospektive läuft. Und heute gucken wir Rampage 2, also den aktuellen Film, den ich gerade fertiggestellt habe. Das ist auch zum ersten Mal, dass ich die deutsche Fassung selber sehe. Ich bin auch sehr stark über das Dialogbuch selber gegangen, weil einige Sachen wurden nicht so übersetzt, wie ich mir gedacht hatte. Das hatte ich bei mehreren Filmen wie Assault und Wall Street schon festgestellt. Das war ein Fehler, da bin ich nicht über das Dialogbuch gegangen. Da habe ich die deutsche Fassung gesehen und dachte irgendwie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist total falsch übersetzt. Und da wurde es fast wörtlich übersetzt und das geht eben so nicht. Und jetzt bei Rampage 2, also vom Buch her war alles wunderbar. Jetzt bin ich mir gespannt, wie die Stimmen alle sind. Ich habe natürlich darauf bestanden, dass Brendan Fletcher auch dieselbe Stimme hat wie bei Rampage 1. Das hat auch geklappt. Und ich spiele ja auch ein kleines Cameo notgedrungen. Und ich habe mich dann selber synchronisiert. Die wollten das zuerst, also ich hatte mich in Vancouver schon selber synchronisiert und dann haben wir rübergeschickt, die Synchronisation. Und dann kam zurück, da fehlt die Hälfte. Und die haben also bestimmte Takes nicht gefunden und wollten dann mich ersetzen mit einer anderen Stimme. Und dann habe ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil die Synchro war wirklich letzte Woche erst. Und ich habe gesagt, das kommt nicht in Frage. Dann fahre ich nach Frankfurt ins Studio, wo ich in Mainz bin. Und dann habe ich gesagt, das mache ich, also ich fliege jetzt nicht nach Berlin dafür, aber in Frankfurt müsst ihr einfach noch mal eine Stunde mich ins Studio stellen. Dann wollte ich mich noch mal komplett neu synchronisieren. Das habe ich auch gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es ausgegangen ist. Ja, und also Rampage 2 ist, viele haben vielleicht Rampage 1 gesehen. Wer es nicht gesehen hat, der Bill Williamson hat da den auch Tender Bill quasi ausgelöscht und ist danach spurlos verschwunden. Und jetzt ist es im Prinzip ein paar Jahre später und wir verfolgen ihn jetzt, was hat er jetzt vor, was macht er. Und ich habe in den Filmen, wie auch schon bei Sound and Wall Street letztes Jahr, sehr, sehr viel Kritik über die Politik in Amerika reingepackt. Und im Prinzip mache ich so ein bisschen das, was Paul Verhoeven damals mit Robocop und Starship Troopers und so angefangen hat. Aber dann war irgendwann mal, war das irgendwie vorbei, fand ich so diese, diese Angry Filme. Also Filme, die irgendwo auch zynisch das Weltgeschehen kommentiert haben. So Filme gibt es eben eigentlich gar nicht mehr. Also es gibt überhaupt keine Filme, die wirklich politisch sind, finde ich. Und das habe ich jetzt die letzten Jahre stärker so in den Mittelpunkt gerückt. Und ja, und jetzt kommt dann eben Rampage 2. Danach gibt es sicherlich viel zu diskutieren. Wichtig ist, als alles, was gesagt wird, also was wir zeigen und so weiter in Bezug auf Politik, ist tatsächlich Fakt. Weil der Film ist versichert, ich muss eine INO-Versicherung abschließen. Das heißt, ich muss gegen Anzeigen oder Leute, die mich verklagen, muss ich mich versichern. Und hier wird auch Obama angegriffen und so weiter und so fort. Also es geht richtig zur Sache. Und ich bin, der Film läuft eben in Amerika, kommt der auch raus. Und er ist tatsächlich also durch den Sicherheitscheck der Versicherung durchgelaufen. Ja, und wir dürfen alles sagen, was in dem Film ist, weil es eben leider so ist. Aber das finde ich ganz wichtig, dass man eben jetzt nicht denkt, der erfindet jetzt da irgendwelche Sachen. Weil es sind schon einige Fakten, die der da zum Besten gibt. Die ziehen einem irgendwie die Schuhe aus über die Welt, in der wir gerade leben. So, also gucken wir erst mal und dann geht es weiter. Ja. Ich habe zu töten viele Menschen, und ich werde mich selbst töten, um auf Ihre Tele-Vision zu sein. Ich will Ihnen die Fakten. Die US-Görferung ist finanziert durch die Rechte. Sie haben die Illusion, dass alles ist möglich. Sie wollen die Menschen, die sie frei sind, können, was sie wollen, aber sie können. Die Menschen, die Sie representieren, sind und verabschieden, um dich zu machen, um dich zu machen. Die Wahrheit ist, dass jede Krieg war über Geld, und die Dich zu sterben, weil die Elite entscheiden. Das ist eine Mind-Control-Diktator-Ship in der Kostüme der Demokratie. Wir brauchen einen Geist, Menschen. Wir brauchen den System zu verabschieden, aber ich kann das Werk nicht alleine machen. Wir müssen die Rechte töten. Ich brauche dich jetzt! Wir müssen das zusammenfassen! Ich will dich, du wachst und verabschieden. Oh! Danke. Ich bin natürlich kein Profi, aber es hat natürlich auch was, was ein bisschen Humor reinbringt, was gar nicht so verkehrt ist und insgesamt, denke ich, kommt dadurch natürlich auch diese, man konnte eigentlich dann in der Postproduktion im Schnitt so ein gewisses Satire-Element eigentlich reinbringen, indem man eben reinschneidet, worum geht es hier eigentlich und dann eben, wir haben 2,8 Millionen Dollar verdient damit. Also, da ist die VFX Cloud. Ich weiß ja nicht, wo meine Jungs von dem Seminar sind, die gerade, da habe ich heute drüber geredet. Es gibt so eine neue Spezialeffektfirma, die im Prinzip gar nicht, die ist rein virtuell, die gibt es in dem Sinne gar nicht. Und da schickt man dann seine Computereffekte rein und die kommen dann wieder raus. Und man weiß gar nicht wirklich, man weiß sozusagen gar nicht wirklich, wer hat jetzt die Arbeit gemacht und wer wird dafür bezahlt und auf welchen komischen, sagen wir mal, verschlungenen Wegen. Es sieht wohl eher so aus, dass diese Cloud aus Leuten besteht, die eigentlich woanders bezahlt werden und dann doppelt kassieren. Also, so ungefähr, ja, also bei Leuten, die gerade auch viele aus Neuseeland und so haben da dann Downtime bei Hobbit oder Avatar und solchen Sachen und die machen dann Shots übers Wochenende und so weiter. Also, das ist ganz lustig, was da so in der Branche gerade alles abläuft. Ja, soll das Licht so bleiben, dass es mich blendet die ganze Zeit? Ja, wie man gemerkt hat, denke ich, war ich sehr sauer über die amerikanische Politik der letzten Jahre. Und dementsprechend wollte ich auch dieser, sagen wir mal, für mich hat diese Snowden-Aktion, hat mich sozusagen über, ja, über den Tellerrand gepusht. So nach dem Motto, es kann einfach nicht wahr sein, dass wir hier allen Ernstes jetzt so einem Typ kein Asyl geben. Dass wir eben im Endeffekt den da in Russland schmoren lassen, der uns unglaublich viele wichtige Informationen gegeben hat, über den keinerlei Diskussion über die NSA weltweit im Gange wäre. Keinerlei Diskussion, keinerlei Informationen vorliegen würden, über was eigentlich konkret Sache ist. Ja, und wenn man jetzt überlegt, wenn Putin dem jetzt vielleicht dieses, ja, sein Asyl jetzt nicht verlängert, da geht es ja jetzt darum gerade im August. Was wird dann konkret mit dem passieren? Ne, wenn der ausreist, wird der wahrscheinlich verhaftet. Und kommt dann nach Amerika, wo Bradley Manning schon 26 Jahre sitzt, ja, ohne den wir dann eben diese Irak-Depassion nicht hatten, können wir eigentlich das Licht komplett anmachen? Kannst du das Licht auch ganz anmachen? Ja, oder kann einer Infoförerung geben? Kriegst du das, kann man das Licht ganz anmachen, eben rein von einem Raum an, weil es blendet mich, ich kann dann keinen sehen. Kannst du mal in den Vorfallraum gehen, der aus der letzten Reihe und ihm sagen, vielleicht einfach Raumlicht anmachen? Weil es ist mir dann, ich sehe einfach keinen. Und so, und diese Dinge, ich bin ja, sagen wir mal, mehr wie die Hälfte des Jahres in Vancouver, ja, und sehe viel amerikanisches Fernsehen auch und habe da sehr viel eben verfolgt von der Seite aus. Also, was sagen die eigentlich da, ja? Und für die Amerikaner ist eigentlich durch die Bank so, ach, die Deutschen sollen sich nicht aufregen, regt sich ja sonst auch keiner drüber auf und stimmt ja irgendwo auch. Über diese NSA-Sache hat sich eigentlich nur Deutschland wirklich aufgeregt. Die Franzosen, Italiener, man hört gar nichts, interessiert die gar nicht, dass sie komplett abgehört werden. Und viele haben dann gesagt, ja gut, wir haben die Deutschen noch gerettet im Zweiten Weltkrieg und so weiter, jetzt dürfen die doch weiter, also die müssen einfach das machen, was wir wollen. Ja, und das sind dann auch, das ist jetzt eben nicht nur Fox News oder so, sondern ist durchaus CNN oder auch jetzt etwas, sagen wir mal, wo man sagt, die sind eher neutraler gehalten. Da ist eigentlich die Meinung einhellig, dass da Deutschland total überreagiert und dass es doch auch im Interesse von Deutschland ist, im Prinzip, dass man mal alle E-Mails irgendwo saved und so weiter. Und man kommt sich irgendwo über die Zeit dann einfach, man denkt irgendwie, das kann ja also nicht wahr sein. Also, wie wurden früher, sagen wir mal, ohne richterlichen Beschluss, gab es eben keine Telefonabhöraktionen, ja, ohne Verdacht gab es keine Durchsuchungen und so weiter. Ja, und das ist alles spielbar, das ist keine Rolle mehr. Ja, es wird alles mal eben abgeliftet und wird dann gesagt, das ist doch scheißegal, wir haben einfach alles gesaved. SMS, Skype-Konferenzen getaped, also absoluter Eingriff in die persönliche Freiheit. Und wenn man sich überlegt, was der Snowden, der in Hawaii gearbeitet hat, bei einem Tochterunternehmen der NSA, im Endeffekt gar nicht direkt bei der NSA, was der alles geklaut hat, also was der alles an Informationen mitgenommen hat, dann fragt man sich doch, ja, die anderen 22.000 Leute, die da arbeiten, ja, wenn da einer was gegen seinen Nachbarn unternehmen will, weil der immer zu laut mit dem Rasen mäht, dann guckt der mal, was der so in seiner Freizeit für E-Mails schreibt. Also, es ist doch vollkommen absurd zu glauben, dass diese ganze Datenmenge nicht für private Interessen missbraucht wird, dass da nicht ein Journalist, der negativ über den Obama schreibt, dann, was hat der Typ, was können wir gegen ihn finden, dass der eben nichts mehr schreibt. Das sind vollkommen normale politische Vorgänge, Wirtschaftsspionage zum Großteil. Ja, es hat mit Terrorismusbekämpfung, hat diese NSA-Abhörung überhaupt gar nichts zu tun. Das ist ein Nebeneffekt. Es geht im Endeffekt um Kontrolle, um die Möglichkeit zu haben, jede Person, die im Wege steht, den sozusagen Herrschaftsinteressen, den machen wir fertig. Der verliert seinen Job, der verliert seine Ehefrau und so weiter, wird einfach fertig gemacht. Ja, und darum geht es doch, um diese Möglichkeit, das hat sich die NSA und der amerikanischen Staat erschaffen. Die wollen einfach die Möglichkeit haben, die Leute fertig zu machen. Darum geht es und um nichts anderes und alles andere ist absolut blauäugig. Und wenn man eben die amerikanische Politik mal so ein bisschen genauer verfolgt, ja, die verbrennen ihre eigenen Rohstoffe nicht, die sitzen auf ihrem Öl und so weiter, die ziehen das Öl aus dem mittleren Osten ab. Wenn da nichts mehr ist, lassen sie im mittleren Osten fallen wie eine warme Kartoffel. Ab da dürfen die sich alle gegenseitig da umbringen. Da gibt es dann keinerlei Einflussnahme mehr. Da werden auch die Saudis fallen gelassen. Und dann wird eben dann erst angefangen, ihr eigenes Öl zu verbrauchen. Jetzt haben sie Fracking auch noch schön mit dabei und so weiter. Es ist einfach eine komplett, und darauf sind sie auch stolz, eine komplett egozentrische Gesellschaft in Amerika. Wir und danach alle anderen sind uns scheißegal. Und diese ganzen Marionetten, die wir da haben in Europa, die Marionetten, die wir haben, die wir in der NATO nutzen können für unsere Interessen und so weiter. Auch wenn man den Ukraine-Konflikt da jetzt sieht, in der gesamten amerikanischen Berichterstattung. Kein Wort davon, dass in der Ukraine auch zig und 40 Prozent Russen leben zum Beispiel. Also wenn man jetzt nur US-Fernsehen geguckt hat, dachte man, der Putin gegen die arme Ukraine. Ja, und man hat gar nicht mitgekriegt, dass da in der Ukraine ja auch ganze, sagen wir mal, vielleicht sogar 40 Prozent des Landes, wo die Russen in der Mehrzahl sind, und die wollen eben zu Russland gehören und so. Und das wird einfach alles komplett ignoriert. Und es ist unglaublich, was da für Sachen einfach wirklich, wenn man sagt Gehirnwäsche, so ist es auch. Und dementsprechend tendieren die natürlich auch immer dann politisch zu dieser Radikalisierung. Der böse Putin und die super Ukraine-Typen. Ja, ich meine, die Timoschenko und alle, die Ukraine jemals regiert haben, waren auch absolut korrupte Verbrecher. Ja, so, und jedes Mal wird auf irgendein Pferd gesetzt und dann stellt sich heraus, die unterstützt werden, sind noch viel größere Verbrecher, wie diese abgelöst haben. Was ist denn jetzt im Irak? Was ist denn mit Gaddafi und so weiter? Das waren ja diese ganzen, der arabische Frühling und so weiter, ja. Wer wurde denn wirklich Mubarak und so? Ich meine, ich war in Ägypten andauern im Urlaub oder Marokko und so weiter. Da kann man nirgends mehr hinfahren. Ja, also ich meine, was ist eigentlich da abgelöst worden? Die bösen Regierungen, die bösen Diktatoren sind abgelöst worden. Ja, gegen was? Gegen vollkommenes Chaos. Ja, so, und das ist der blanke Irrsinn. Alles mit der ganze arabischen Frühling, der wurde von der CIA gesteuert und so weiter. Dann wurden Leute, dieser ISIF, die jetzt Leute einfach umbringen, ja, wo ja auch viele radikale Deutsche mitmachen und so weiter, wurden mit Waffen ausgestattet, um gegen den Assad in Syrien zu kämpfen. Dann haben sie auf einmal gemerkt, irgendwie klappt das jetzt nicht mehr mit dem Assad, dann gehen wir mal Richtung Süden und haben irgendwie gemerkt, da ist ja gar keiner mehr im Irak, der den Irak verteidigt. Dann können wir ja weitergehen, ja, und dann stehen sie fast vor Bagdad. Das ist eine negative, falsche Entscheidung nach der anderen. Und wir machen sozusagen alles mit. Und wir hatten gestern Abend so ein Gespräch beim Abendessen, dass man irgendwo hat man, also deshalb mache ich jetzt auch so Filme, sozusagen, weil man hat irgendwo so den Eindruck, es geht auf schief an. Also mein persönlicher Eindruck ist das so. Wir haben immer mehr Konflikte, immer mehr gewalttätige Konflikte auf der Erde, immer mehr Krisenherde und immer mehr Sachen, die im Prinzip so, wenn man so den Eindruck hat, das gerät außer Kontrolle. Und dann kommt es eben so langsam, wir sind eben als Deutschland auch viel näher dran als jetzt Amerika. Wir sind dann irgendwo im Mittelpunkt von Krisenherden und von Problemsituationen. Und da sehe ich schon, sagen wir mal, dass die Situation für uns nicht unbedingt die nächsten 10, 20 Jahre sehr rosig ablaufen wird. Also es ist keineswegs so, dass man jetzt einfach mit Wirtschaftssanktionen die Russen mal so schön aufs Umlenken bringt und so weiter, sondern da kommt dann die Gegenoffensive und die wird dann nicht unbedingt nur als Wirtschaftssanktion da sein, sondern eben, wenn die sich nicht richtig wehren können, dann werden eben Leute inhaftiert, dann werden die Russen einfach, ich meine, wenn hier Konten gesperrt werden von Russen, die können auch Konten sperren in Russland, wo viele deutsche Unternehmen sind, dann ist das Geld einfach weg. Ja, und die Russen, wenn wir Konten sperren, werden die eingefroren. Wenn die Russen Konten sperren, machen die einfach leer. Und sagen, danke fürs Geld, das kriegt ihr auch nicht mehr wieder. Und so, also ich meine, die können ja auch ganz andere Methoden noch anwenden, ohne Krieg sozusagen, die dann urplötzlich, wo wir immer denken, alle halten sich mal an die Spielregeln. Ja, aber tun sie eben nun mal nicht. Es war mir auch wichtig, wenn der Bill Williams da zwischendurch mal sagt, eben Gewalt ist ja im Prinzip auch offizielle Politik. Also so wird ja auch Politik die letzten 20, 30 Jahre, wird ja gestaltet auf Gewaltebene, im Endeffekt auf Drohung. Wenn ihr das macht, machen wir das. Und dann eben oft muss man es eben nicht umsetzen, weil die schon dann einknicken. Aber wenn die dann eben nicht einknicken, wird auch dementsprechend die Gewalt eingesetzt. Und ich finde einfach, da hat eben auch Obama gegen großer Reden, hat er eben überhaupt nichts umgesetzt. Also wenn man sich einfach mal so Statistiken anguckt, er hat nichts gemacht in fünf, sechs Jahren. Guantanamo Bay ist immer noch offen, zig Leute haben keinen Prozess, haben überhaupt nichts gemacht. Also im Endeffekt sitzen da die Hälfte der Leute, da haben die nichts gegen die Hand, gar nichts. Die sind einfach seit 13 Jahren eingesperrt und die wissen nicht, was diese Leute mit Terrorismus zu tun haben. Und die bleiben einfach eingesperrt. Ja, und da ist ja natürlich auch keine Ausrede, in so einer Situation, wenn man jetzt vom Rechtsstaat ausgeht, ist doch keine Ausrede zu sagen, die will ja keiner aufnehmen. Ja, dann lasse ich sie frei. Also ich meine, ich kann doch nicht einfach sagen, weil die keiner aufnehmen will, kommen bleiben die Leute jetzt für ewig im Gefängnis, auch wenn sie nichts gemacht haben oder nichts nachzuweisen ist. Dann muss man sie eben wieder dahin zurückfliegen, wo man sie von der Straße gecatcht hat irgendwann und in den Kofferraum geschmissen. Ja, ich meine, so ist es ja bei den meisten gelaufen. So, dann muss man sie einfach dahin zurückbringen und sagen, dich haben wir hier vor 13 Jahren aus Versehen verhaftet. Guck mal, hier haben sich neue Gebäude gebildet. Auf Wiedersehen. Hier ist jetzt auch ein McDonalds an der Ecke. Also irgendwie, ja, aber man muss doch solche Situationen, muss man ja irgendwann mal zu Ende bringen, man muss die lösen. Und da sehe ich einfach das große Problem, das regt mich einfach auch tierisch auf, dass einfach so wieder besseren Wissen wird es einfach alles nicht verändern. Die Waffengesetze, man hat jeden Monat in Amerika irgendeinen, der zehn Leute erschießt, der fünf Leute erschießt, der Sohn vom Assistenzdirektor von Hunger Games hat acht Leute erschossen und sich dann selber in L.A. Ja, der hat vorher bei YouTube, auch im Spiegel könnte man lesen und so weiter, da hat er über YouTube Sachen gepostet, ich habe keine Freundin, was ist das für eine Scheiße und dann jetzt habe ich mir Waffen gekauft und so alles bei YouTube. Man konnte quasi live verfolgen nach dem Motto, ja gut, jetzt lädt er noch die Waffen durch und heute Abend geht es los. Und dann ist es auch tatsächlich so gekommen. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass nach all diesen Massakern und der Obama nach all diesen Reden, der hat dann bei den Beerdigungen für die armen Eltern eine Rede, ja, aber da muss man mal Machtwort sprechen, da muss man sagen, und das darf übrigens der Präsident, ja, der versteckt sich immer, ich kann ja nichts ändern ohne Senat und so in Wirklichkeit, wenn es um die nationale Sicherheit geht, darf der amerikanische Präsident alles, wie man ja sieht, die haben ja nie Probleme gehabt mit Kriege anfangen, alleine ohne irgendwie einen Beschluss im Parlament, ja, das haben sie ja immer gesagt, aus nationalem Interesse wird jetzt mal Irakkrieg geführt, da haben sie auch am Anfang keinen gefragt und dann muss man sich überlegen, wie kann man dann ein Massaker nach dem anderen haben und nicht einfach mal ein Machtwort sprechen und sagen, es wird überhaupt keine Waffen mehr an irgendwelche Zivilisten verkauft, die in irgendwelche scheiß Waffengeschäfte gehen und einfach sagen, sie wollen eine Kalaschnikow kaufen. Es wird nicht mehr verkauft, so Background-Check mit der Polizei und, 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 diese ganzen Sachen müssen einfach mal dann auch per Machtwort umgesetzt werden und es ist einfach nicht passiert und es ist einfach spektakulär, dass solche Entwicklungen dann auch unter so Obama am Schluss wird der acht Jahre regiert haben und wird, hat alles versprochen und nichts gehalten. Ja, Sie wollten was sagen, glaube ich. Ja, Sie vermischen da staatliche Gewalt und privaten Gewalt. Wenn ich als Truppe im Irak unten bin und mit staatlicher Waffe jemanden erschieße, dann darf ich das nicht in Privatschützen in Amerika anlassen. Da müssen Sie einen Unterschied machen. Ja, natürlich, so mache ich aber ja auch. Worüber ich jetzt geredet habe, ist einfach, dass, dass in, übrigens in Kanada ist es nicht so, sondern eben, dass in den USA viele Leute sich im Endeffekt einfach Waffen im Waffengeschäft mit ihrer Driver-License kaufen können. Ja, und da wird noch nicht mal kontrolliert, ob die vielleicht eine Vorstrafe haben, ob die vielleicht schon mal in der Psychiatrie waren oder so. Ja, diese ganzen Tests finden nicht statt. Dann müssen Sie unterscheiden von Bundesstaat zu Bundesstaat. Ja, in den USA, ganz klar. Also, das sind, also, ja, aber ich war zum Beispiel... Man muss aufzustehen in der Bundesstaaten. Ja gut, aber da kann ich doch nichts für. Für mich ist das alles Blödsinn. Ob da, ob da einer sagt, in New York, in der City von New York kann man sich sicherlich nicht so eine Waffe kaufen wie in Arizona oder... Ja, richtig. Aber ich finde es, ich finde es unglaublich, dass eben genug Staaten da noch so vorgehen. Ich war in Arizona, in Tucson, Arizona, in meiner Postel, bei Postel, bei dem Film in der Premiere, da saßen Leute mit Pistole im Holster in diesem Kino vor mir. Ja, und ich habe dann erst mal gesagt, wenn der Film scheiße ist. Es besteht jetzt kein Grund, mich zu erschießen. Ja, so, aber man macht sich ja natürlich irgendwo auch Gedanken, ja, weil der Film hat ja nur wirklich Busch und alle in die Pfanne gehauen und man denkt dann irgendwie, das kann nicht wahr sein, die haben echt eine Waffe gerade da, ja. So, und dann weiß man ja nicht, wie sind spontane Reaktionen, wie fallen die spontane Reaktionen aus. Ja, so, aber das sind wirklich Sachen, die muss man erst mal dann erlebt haben. Oder man ist dann im Walmart, ich war mal in San Antonio, Texas, war ich im Walmart einkaufen, da waren echt Leute mit Pistolen und so weiter im Walmart am Einkaufen in ihrer Familie. Die haben einfach immer die Waffe gehabt, ja. Und das ist einfach, das ist doch idiotisch. Weil wenn man Waffen, wenn man eine Waffe mit rumträgt, dann gibt es auch viel schneller Tote. Wir haben uns früher irgendwo geprügelt vielleicht mal oder so, ja. Aber wenn, ich meine, wenn man, da kann man sich dann vorstellen, oh, sie haben auf meinem Parkplatz geparkt und so weiter. Jetzt sagt der eine, du kannst mich mal. Und schon geht's los. Und der eine merkt auch, ich hab ja meine 45 Magnum dabei, warum soll ich mich jetzt mit dem prügeln? So, ja. So, und schon hat man Tote. Und diese Idiotie, dass man da überhaupt drüber diskutieren muss, ist ja das Absurde. Das finde ich vollkommen abstrus, dass man, und das ist tatsächlich so in den USA, die haben es alle, die Demokraten und Republikaner, haben es nicht geschafft, das zu thematisieren. Die haben das, die kriegen das nicht durchgesetzt, dass das da mal ordentliche, in dem Sinne, Gesetz reinkommt. Und dann mit den Gefängnissen, das ist mir auch nochmal wichtig gewesen, muss man überlegen, 25 Prozent der Weltbevölkerung, also der Weltgefangenen, sind in Amerika im Gefängnis. Ja, so. Jeder zehnte Schwarze ist im Knast in Amerika. So, und warum? Warum kriegen irgendwelche komischen Straßendealer, die 100 Gramm Zeug verkaufen? Wieso kriegen die 25 Jahre Knast? Das ist ja alles vollkommen abstrus, diese Gestrafen, die da auch stellenweise verhängt werden. So, und das ist natürlich so, weil die Hälfte der Gefängnisse in den USA sind privat. Und die kriegen Geld vom Staat. So, und für jeden Gefangenen kriegen die so und so viele Tausend Dollar im Monat. Also ist das ein Riesengeschäft. Aber die müssen eben auch voll sein. Ja, so. Und dann verdienen sie, umso mehr Gefangene da sind. Und dann ist doch vollkommen klar, dass im Prinzip da die Rechtsprechung vollkommen durchkorrumpiert wurde. Indem Gerichte Kickbacks kriegen, in dem sind ja auch mehrere Richter letztens mal verhaftet worden. Das ist natürlich nur so Einzeldinger. Aber obwohl einfach klar, die haben Leute verurteilt, 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 verurteilt. Und alle immer, die machen dann zusätzlich zum Sentencing, also 20 Jahre. Aber dann in dem und dem Gefängnis auch noch. Wird dann auch noch gesagt, der wird jetzt in das und das Gefängnis gebracht, wo dann diese Stimme Dusse nicht verdienen. Ja, und kriegen dann irgendwie ein Weihnachtsgeschenk, einen neuen Maserati vom Gefängnis. So, und das ist so offensichtlich, dass es einfach, das ist einfach Hanebüchen, dass das nicht seitig wird. Dass solche Themen nicht angegangen werden, dass sowas nicht umgesetzt wird. Und die Angst, die einfach rüberkommt dabei, ist, wir hängen ja alle irgendwo an Amerika dran. Ja gut, das Thema hat man ja vor ein paar Jahren mit den Privatgefängnissen, der Einführung der Firmen für Gefängnisse, der staatlichen Ausgliederung, das Rechtssystem in ein privates Wirtschaftssystem. In Deutschland auch, oder was? Gibt es denn private Gefängnisse in Deutschland? Das ist es nicht. Aber wie gesagt, vor vier, fünf Jahren hat man ja das Thema. Ja, aber das ist ja schlimm. Nein, aber das ist ja der Anfang. Sowas ist ja immer der Anfang vom Ende. Meines Erachtens darf man einfach nicht solche Dinge, die man dann einführt, dann hat es auch die Konsequenzen am Schluss. Also, wo Geld dann zu verdienen ist und wo Gewinnstreben ist. Und man kann eben nur Gewinn machen, wenn ordentlich Leute ins Gefängnis kommen. Dann ist der nächste Schritt, wie kriegen wir hier möglichst viele Leute ins Gefängnis. Ja. So, also muss man entweder Straftaten, die überhaupt nicht gefängnisrelevant sind, trotzdem alle einbuchten, ja, oder eben Leute zu Kriminellen machen irgendwo. So, und das sind aber alles so Punkte, wo man einfach so Punkt für Punkt aufgreifen muss. Und man hat eigentlich einen Skandal nach dem anderen. Die Drohnenangriffe werden überhaupt nicht, weiß nicht, wer von euch mal von Sascha Lobo diese Sache über die Drohnenangriffe sich angeguckt hat, wie eigentlich Drohnenangriffe ablaufen. Man bombt eine SIM-Card. Also, man hat keinerlei Identitätsfeststellung von diesen ganzen Terroristen, wenn immer in der Zeitung steht, der und der Terrorist beim Drohnenangriff gestorben und so weiter. Es gibt gar keine Indikation, weil die alle pulverisiert sind, gibt es im Endeffekt überhaupt keine Indikation, dass irgendeiner, der bisher von einer Drohne getötet wurde, der ein Terrorist war, weil immer nur die SIM-Cards getrackt werden, die dann dem Terroristen zugeordnet werden. Und es sind ja schon sehr, sehr viele, wenn er sagt, 50 Kinder, einen Terrorist, kann es auch des Öfteren mal gewesen sein, 50 Kinder, 50 Frauen und kein Terrorist. Und das wird einfach kontinuierlich von Obama gemacht. Wie kann er das für sich selber verantworten? Wie kann man einfach so diese Art Politik, und das zeigt für mich eben, dass auch der Obama ist im Prinzip ein absoluter Lügner. Er ist kein Unterschied zu Bush, der ist nur ein besserer Redner, der kommt sympathischer rüber mit der Familie und so weiter, aber er kommt zu guter Letzt, er ist Obama von der Politik kein Deut besser als Bush. Also, naja, aber jetzt könnt ihr euch mal Fragen stellen. Ja, ja. Jetzt wollte ich mich mal fragen, wenn du jetzt das dann mit der Cloud machst, und du schickst es dann da die Computereffekte hin, wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Computereffekt zurückkommen würde, der jetzt nicht deinen Wünschen entspricht, das wüsst du? Ne, haben wir gemacht. Also das Gebäude, was in die Luft fliegt, haben wir zehnmal rejected. Und da wurde auch der Artist ausgetauscht dann am Schluss. Aber das ist ja, aber im Prinzip ist es so, dass wir da jetzt, ich gebe mal so ein Beispiel, ich komme in Vancouver in so ein Computer, also Postproduktions-Office. 20 Maschinen. Am Laufenden. Es war total heiß, war 45 Grad im Schatten. Also 45 Grad in dem Office drin. Und ich so, was macht ihr hier, was ist hier eigentlich los? Bitcoin-Trading. So, die hatten auch über diese Computereffektypen, also diese Technik-Fritzen, die haben so Bitcoin-Trading-Maschinen entwickelt, die online, diese Bitcoins, kennen wir ja, diese virtuelle Dings, zum Beispiel in Tokio jetzt kaufen und in London gerade verkaufen. So, das geht aber rein automatisch, man kann nicht mehr eingreifen. Man schaltet diese Maschinen ein und schiebt eine Geldkarte rein, also so 1000 Dollar oder 5000 Dollar, je nachdem, wie viel man einsetzen will, schiebt diese Geldkarte, wie so eine EC-Karte da rein und dann legt das Ding los. Und hat vollkommen so, und die haben damit echt Geld verdient. Die so, wir haben diesen Monat, haben wir so 20.000 gemacht. Und so weiter. Und das ist diese, ich verstehe davon ja auch nichts, aber auf einmal ist man in so einer Welt drin, die auf einmal, die hat sich schon komplett, im Endeffekt, deshalb sagte ich auch, wie gesagt CGI Cloud oder so, es passieren so viele Sachen im Netz, wo wir einfach leider als Otto Normalverbraucher keinen blassen Dutz von haben, aber es läuft schon. Es passiert einfach und so weiter. Und die Technik geht voran. Und deshalb ist eben auch diese Sache mit der NSA und so weiter, diese ganzen Sachen, man muss da nicht glauben, dass zum Beispiel, wenn jetzt diese Bitcoin-Fritzen nicht dein Wenkkuper kenne, wenn die auf einmal sagen würden, na witzig mal, die würden auch die Informationen rausholen, die der NSA über mich gespeichert haben, die würden das irgendwie kriegen. Ja, das geht nicht bei Bitcoin. Bei was? Jeder, der da mit, das wird ja über private Rechner quasi, wird da dieses Bezahlen abgerechnet. Also die müssten quasi alle Rechner hacken. Meinst du jetzt bei Bitcoin-Ding oder NSA? Also Bitcoin, ich wollte gerade sagen. Diese Transaktionen stattfinden. Also das ist eben das Gute an diesem Bitcoin. Ja, aber das ist ja, die haben den Algorithmus drin. Dieses ganze Ding funktioniert ja nur über Algorithmen. Der Bitcoin ist ja an sich nicht existent. Der ist ja virtuell sozusagen. Und diese Dinger, die da am Laufen sind, deshalb braucht man auch so viele Maschinen, weil man eben nicht mit einer Maschine überall treten könnte. Sondern das sind, jede einzelne Maschine hat die eigenen Bitcoins und die über die Geldkarte werden die Bitcoins gekauft. Aber die werden, womit die Geld verdienen, ist einfach nur über dieses schnelle Exchangen von Bitcoins. Cent mehr. Aber so geht das den ganzen Tag. Die läuft einfach automatisch weiter. Und am Ende des Tages hat man dann eben auf einmal pro Computer 70, 80, 90 Dollar gemacht oder 200 Dollar oder 400 Dollar oder so. Und so geht es immer munter weiter. Aber ich meine, das ist ein Nebeneffekt. Aber wie du eben sagst, bei der Cloud ist es natürlich so, dass im Endeffekt andere Leute sozusagen James Cameron Investment in die Rechner wird dann von irgendeinem genutzt, um einen anderen Shot zu machen, der nicht für James Cameron ist. Und derjenige verdient dann Geld an diesem Shot, wo er die andere Technik, die andere Leute bezahlt haben, genutzt hat. Und wenn du dann gesagt hast, du möchtest den gerne alles haben? Ich habe natürlich nie Kontakt zu irgendwelchen Leuten gehabt, sondern nur zu dem Manager von der Cloud. Du musstest auch die extra zahlen, denn das ist... Nein, die haben das anscheinend los geändert. Ja, so. Und die haben Shots gemacht für jetzt X-Men und so. Also das ist jetzt nicht so, dass das so eine kleine Untergrundbewegung wäre, sondern die arbeiten auch für die Studios und so weiter, die dann, wo die anderen Studios wissen, jetzt lassen wir mal die anderen schön bezahlen. Ja, also solche Nummern laufen. Das ist vollkommen abstrus, aber es passiert nun mal. So, aber das ist eben dann filmspezifisch, ja. Aber, naja, das zu dem Sinn machen. Ja, weitere mehr Fragen? Gerne auch über... Nein, ich habe tatsächlich vor, den dritten Teil zu drehen und das wäre dann auch der letzte Teil. Es wird natürlich bitter enden für Bill Williamson, da kommt man nicht dran vorbei. Aber es ist tatsächlich das Ziel, die Sache auch zu Ende zu bringen, sozusagen. Und ich habe, glaube ich, schon eine ganz gute Idee dafür. Also ich denke, man konnte jetzt zweimal die Sache so aufziehen, dass es eben zweimal, dass er da clever war und davon gekommen ist. Aber da würde natürlich jetzt irgendwann die größte Manhunt seit des Una-Bongos passieren. Und dementsprechend wäre dann wahrscheinlich für ihn dann Feierabend. Aber das muss man natürlich interessant gestalten. Aber ich finde eben, dass die meisten Sachen, also ich bin ja eben auch Kinogänger, ich gucke Filme und so weiter und die meisten Sachen, die sprechen mir einfach alle nicht mehr an. Und wenn man sich so Sachen anguckt, wir haben heute über Transformers geredet oder so, im Prinzip die meisten dieser ganzen Event-Filme, die sind ja alle totale Militärverherrlichung. Also indirekt ist das alles, dann hat man so Filme wie Lone Survivor, der kommt dann so daher wie eigentlich so ein halber Antikriegsfilm oder so. Ja, der ist natürlich, ich finde natürlich Lone Survivor zehnmal besser wie Transformers, also sind so eher Filme, die mich ansprechen. Aber alle sind eigentlich, Verherrlichung von Navy Seals hier und so weiter und so fort und die amerikanischen Truppen. Und das finde ich eigentlich gefährlich. Also ich bin mit Filmen aufgewachsen, wie die durch die Hölle gehen oder Apocalypse Now oder so. Also auch Filme, die wirklich die Sachen, die damals passiert sind, auch damals kritisiert haben und dann wirklich den Finger in die Wunde gelegt haben und gesagt haben, so geht es nicht. Und wenn man so, ich finde ein gutes Beispiel, wie es irgendwo den Bach runtergegangen ist, sieht man ja mit Oliver Stone. Jetzt guckt man sich mal Wall Street 1 an, einen super Film und guckt man sich Wall Street 2 an, dann denkt man irgendwie, der Typ ist komplett durch die Gehirnwäsche gelaufen. Ja, also wo überhaupt, da ist ja überhaupt keine Bankenkritik gewesen in Wall Street 2. Man denkt irgendwie, was Oliver Stone dann in den Interviews erzählt, ist alles nach wie vor sehr radikal, aber die Filme, die er gedreht hat, auch W über Bush, war eigentlich pro Bush, Alexander war eine totale Katastrophe. Also er hat sozusagen irgendwann vor 10 Jahren, hat Oliver Stone vollkommen den Faden verloren. Und vorher war er einer meiner Lieblingsregisseure, also Natural Born Killers, The Doors, Born on Fourth of July, Salvador, der hat 7, 8 absolute Top-Filme gemacht, die ich alle super fand und dann auf einmal war Feierabend. Wo ist jetzt los? So und das Problem habe ich mit vielen Leuten auch Spielberg, deshalb habe ich ja Lincoln da auch mal so erwähnt, weil es einfach so ein Schwachsinn ist. Dieser Lincoln-Film ist einfach falsch, so war es nun mal überhaupt gar nicht. Und man weiß, es war eine wirtschaftliche Sache zwischen dem Norden und dem Süden und der Sklaverei. Wenn ich Leute eben kostenlos arbeiten lassen kann, habe ich einen riesen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu ich muss die Leute bezahlen. Deshalb muss die Sklaverei auch im Süden aufhören und deshalb wurde der ganze Krieg geführt. Es ging 0,0 um Menschenrechte oder so. Hat die doch einen Scheiß interessiert? Konnte man doch auch sehen, bis in die 50er Jahre wurden doch die schwarzen in Amerika behandelt wie der letzte Dreck. Also wieso mussten sie in anderen Bussen fahren? Also bis in die 50er Jahre, also weit über 100 Jahre später in dem Sinne, wo man sich dann irgendwo fragen muss, ja gut, aber wenn jetzt der Lincoln alle Sklaven befreit hat, wieso hat er denn anschließend irgendwie 150 Jahre gebraucht, bis sie irgendwie wirklich irgendwelche Rechte gekriegt haben und so, weil es eben gar nicht darum ging. Weil es einfach Quatsch ist, das in solchen Filmen rüberzubringen. Und damit habe ich so Probleme, wo einfach Geschichte vollkommen falsch dargestellt wird. Und dann wird es natürlich, das ist dann super und so weiter und so fort. Und wir kriegen dann Sachen verkauft von Hollywood, wo man denkt, das war sozialkritisch. Aber es ist eben gar keine Sozialkritik, weil es um nichts geht, wenn jetzt 12 Years as a Slave den Oscar kriegt. Da war ja Ruth Bessach, die Fernsehserie. Und man denkt sich irgendwie, wieso ist das jetzt ein brisantes Thema, wenn man jetzt einen Film macht über Sklaverei. Mein Gott, da muss ich aber Angst haben. Der NSA bei mir zu Hause vorbeikommt, da ist noch kein Mut, um irgendeinen Film über Sklaverei jetzt zu machen. Das ist doch alles Quatsch. Und das vermisse ich einfach. Das denke ich mal in den 80er Jahren und so weiter, auch anders. 70er, 80er, da wurden Filme gemacht, die gingen um jetzt, die wollten jetzt was ändern und haben Leuten wehgetan. Und gesagt so, deshalb sage ich hier auch, Obama muss ins Gefängnis und so weiter, weil ich mir einfach gedacht habe, ist mir jetzt scheißegal, ich mache es jetzt genauso, wie ich denke, wie es richtig ist. Und ist ja in die USA verkauft. Also der kommt da raus, bin ich mal gespannt, wie das die Reaktionen sind. Das wollte ich gerade fragen, der wird ja in den USA gezeigt, ne? Ja. Was werden da für Reaktionen kommen? Es ist halt, willst du da Reaktionen der Politik geben, oder? Das werden wir sehen. Ich hatte ja bei Assault on Wall Street, war ich ja auch so ein bisschen auf Tour, war ich in New York mit dem Film, da war ich einmal bei The Huffington Post, die fanden den auch ganz gut und dann war ich bei CNN und die haben mich quasi abgeblendet. Die meinten dann so, sie rufen zum Lunchmord auf. Sie sagen quasi, die Banker können umgebracht werden. So. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, man macht Filme, um eben auch Radikalsituationen mal darzustellen, die in der Realwelt eben nicht da sind. So. Jetzt geht es darum, jetzt nehmen wir mal an, einer hat beim Bankencrash seinen Job, sein Geld, sein Haus, seine Frau, alles verloren. Und man hat jetzt sozusagen noch zwei Varianten. A, ich sitze auf dem Bürgersteig wie der Penner in Rampage und bette. Oder B, ich bringe sie ja loben. So. Ja, unter der Voraussetzung, ja unter der Voraussetzung, könnte ich mir vorstellen, ich persönlich, meine Wahl wäre, gibt mir die Waffe und ich knalle sie ab. Warum soll ich dann sagen, Clowns zugrunde gehen? Wo ist denn mein Asset? Wo ist denn mein Benefit dabei? Ob ich da im Bürgerscheck rumsitze oder einfach noch 30 Leute abknalle, wo ich denke, die verdienen es. Ja, so. Ja, und dann haben die natürlich abgeblendet, haben die nie gesendet. Die so, das kann ja nicht wahr sein, was sie hier sagen. Ich so, wieso, das kann ja nicht wahr sein, ich argumentiere einfach nur logisch. Ja, und die so, das war dann für CNN leider zu viel. Die meinten dann, das ist vollkommen, das geht nicht. So was kann man. Du hast ja vorhin gesagt, in viel zu vielen amerikanischen Haushalten stehen die Waffen rum. Was ist denn jetzt, wenn einer, der deinen Film sieht, auf die Idee kommt, die Appell, den Appell Gott nicht zu nehmen und die anderen 20 Millionen Leute, die Call of Duty jeden Tag spielen in Amerika oder, also das ist ja, diese Argumentation, die kann man ja so nicht stehen lassen. Stell dir vor, es passiert. Ja, aber es ist doch schon hundertmal passiert, dass Leute Amok gelaufen sind und dann wurde bei denen ein Videogame zu Hause gefunden oder es wurde ein Film-DVD gefunden und dann wurde gesagt, weil der irgendwie Falling Down mit Michael Douglas geguckt hat, ist er jetzt Amok gelaufen. Aber es ist doch Quatsch. Du verstehst mich falsch. Ich will dir nicht sagen, dass du dann schuld bist, sondern ich will dich fragen, ob du keinen Schiss vor der Situation hast, wenn, wenn was passiert, wenn das einer wörtlich nimmt und dir das dann vorgeworfen wird, weil, keine Ahnung, Anstifter, Mittäter, Das ist doch, die haben zum Beispiel bei den Littleton-Leuten haben sie das Videogame-Postle gefunden. Das war auch in der Presse damals. Die hatten also irgendwann mal Postle gespielt. Ich habe den Film zu Postle gemacht. Ja, und? Deswegen sind die noch nicht in der Amok gelaufen. Das ist, ich meine, zu guter Letzt, bevor einer tatsächlich Amok läuft, gibt es schon einen klinischen, sagen wir mal, Befund. Ja, also es passiert einfach nicht, dass jetzt einer sagt, aus einer Laune raus oder aus einer kurzfristigen Überlegung, weil, warum enden denn meistens diese Amokläufe eben auch mit dem Tod des Amokläufers oder meistens erschießen die sich ja, weil sie eben zu guter Letzt nicht in diese Situation kommen wollen, dass sie jetzt wirklich verhaftet werden, Prozess gemacht werden und so weiter. Da ist dann der Wunsch des Rauskommens größer als der Überlebenswille. So, und ich glaube nicht, dass das möglich ist, durch, wenn man nicht irgendwo schwer krank ist. Aber da ist ja wieder das Interessante bei Rampage, weil, wo ich Rampage 1 geschrieben habe, habe ich mir eben gedacht, was wäre, wenn man so eine Figur nimmt, aber macht ihn eben gar nicht wirklich krank, sondern eben extrem gut ausgebildet, weiß mit Waffen umzugehen, ist clever und ist sozusagen so wirklich so eine, so eine zynische, so eine dunkle Facette eigentlich, so der Mini Darth Vader, also der aber eben vollkommen auf, also Emotionen abschalten kann und im Endeffekt dann rein nach Plan vorgeht. So, und das, das fand ich das Faszinierende bei dem, ist einfach ein sehr zynischer Film natürlich auch, aber, so war ja auch Rampage 1, aber, er hat eben keine moralischen Erwägungen bei irgendwas. Also, ich weiß auch nicht, ob er, wenn er sagt, bringt sie ja loben, dann weiß man nicht, ob er da wirklich von überzeugt ist, oder ob er einfach nur Lust hat, die Leute anzustacheln, weil er das genießen würde, Fernsehen zu gucken, wo jetzt wirklich die Hälfte der Politiker umgebracht wird. Ja, so, das ist eben etwas verschlungen. Ja. Hatte der der Schauspieler, also der Hauptdarsteller, hatte der beim Einser oder so irgendwann mal ein Problem, das auszuführen, was du von ihm wolltest? Der Brandon? Irgend so eine Hemmung, also irgendwie gegen den jetzt zu spielen, weil der ist schon sehr, sehr authentisch, also ich finde den schon krass. Ja, aber das muss ja sein, der Brandon Fletcher ist ein extra, also ist ein super Schauspieler, ja, und hat eben keine riesen Karriere, ist kein Brad Pitt oder so, aber der ist einfach ein super Schauspieler und für mich war es, als ich dem gesagt habe, ich will Rampage 2 machen, hat er gesagt, ach, das weiß ich nicht, der war doch gut, der erste Film, so kann man es auch belassen, das war es. Und dann habe ich ihm aber erklärt, was ich eigentlich machen will, das ist jetzt nicht wie bei Resident Evil 1 und 2, ja, oder Blood Train 1 und 2, sondern dass es eben wirklich eine Fortsetzung ist, dass man wissen will, was ist denn jetzt aus dem geworden, wie geht das jetzt alles weiter? Und das fand er dann interessant, ja, und da hat er dann eben auch hinterher auch mitgeschrieben, an seinen ganzen Dialogen da und so weiter, ja, und dieses, ich hatte mit ihm natürlich einige Treffen, wo wir dann diskutiert haben, aber ich merkte so, er kommt immer mehr in diese Rolle rein, ja, und das ist ja das Beste, was einem als Regisseur passieren kann, man hat dann einen Schauspieler, wo man dann einfach nur anmachen kann, ne, mach die Yoga-Tante fertig, Yoga ist scheiße, und dann lässt man ihn einfach da improvisieren auch, ja, und sagt, oder der hat dann einfach so die Sachen rausgehauen, der hat auch viele Sachen dann wirklich an Ort und Stelle so improvisiert, ja, und das, das ist dann das Beste, was passiert, wenn man solche Schauspieler hat, die dann eben, man merkt ja zum Beispiel, der Polizist ist nicht so gut als Schauspieler oder ich oder so, ja, so, aber man merkt schon, er und der Lachlan Monroe, der, der den Journalisten spielt, die sind einfach gut, ne, und die können dann wirklich so auch diesen Charakter eben durchleben und so und so weiter, ja, und das ist natürlich für einen Regisseur das Beste, was passieren kann, also da ist der, der Brandon top, also, weist der schon davon, dass er sich noch einen dritten Teil gibt? ich will ihn jetzt noch nicht schocken, weil er hat auch kaum Geld für den Film gekriegt, ja, und er hatte gerade so eine, der spielt in dieser amerikanischen Serie Rogue mit, da spielt er so eine relativ größere Rolle auch, da verdient er ganz gut und dann sein Agent hat ihm also abgeraten, jetzt hier Rampage 2 zu machen, ja, weil ich habe ihm nur Scale bezahlt, also 580 Dollar am Tag, ja, und, äh, und, naja, also für sowas ist er natürlich nix, und dann hat er, äh, hat er es aber angenommen, dann meinte er, wenn er, das war mir klar, wenn er da einmal dann wieder angebissen hat, der wird das auch nochmal spielen, der wird diese Geschichte zu Ende bringen, ja, so, und, äh, das Problem bei so einer Art Film ist ja, man muss relativ, also, äh, ich habe das so geschrieben, dass ich das im Prinzip in, in 7, 8, 9 Tagen drehen kann, ich wusste jetzt nicht, wie lange ich konkret brauche, aber wir hatten eben fast alles, dann die ersten Szenen alle abgedreht, und dann eben alles in diesem Fernsehstudio und im Keller, und, äh, da ist ja die Situation, wenn man einmal Licht gesetzt hat, und so weiter, man kann dann wie im Theaterstück, einfach immer weitermachen, ne, wir haben also den Film im Prinzip genau gedreht, von A bis Z, also wir haben den, äh, sozusagen stringent, so wie man den Film sieht, so ist er auch gedreht worden, ne, und, das hat natürlich schon einen Vorteil, auch für Schauspieler, die dann so stärker in ihrer Rolle, dann drin sind, und gerade für so, für so eine Sache da mit dem, Brandon, denke ich, war das absolut hilfreich, so diese Eskalation, äh, die so reinkam, ne, und, ähm, diese Sache zum Beispiel mit dem Telefon, mit dem Vater am, ähm, äh, Telefon, es war so, ich hab mit den beiden Schauspielern, Matt Frower und Linda Boyd geredet, die die Eltern gespielt haben im ersten Teil, und die Linda Boyd konnte nicht, und der Matt Frower wollte mitspielen, ja, und konnte dann auch nicht, also sozusagen der so, ach, hier mein anderer Dreh, ich bin immer noch in Toronto, ich schaff es nicht, ich kann nicht nach Vancouver kommen, und so weiter, und dann hab ich's einfach geändert, auf Telefonanruf, dass sie den per Telefon zuschalten, und der Matt Frower hat den auch gesprochen, aber natürlich nicht am Set, sondern später dann eben im Studio, also es ist die Originalstimme von dem Vater im Englischen, ne, und, äh, das hab ich aber so an Ort und Stelle dann einfach erfunden, und hab dann, äh, 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 wenn Fredscher das Telefon kriegt, von dem Lock in Monroe, wusste der das nicht, das haben wir dem nicht gesagt, also der hat dann sozusagen einfach dem, dieses Telefon gegeben, und gesagt, hier ist dein Vater im Apparat, und das ist alles sozusagen komplett improvisiert, und was der Vater sagt, hab, hab ich so ungefähr, also nicht genau, aber ich hab's dann so reingebrüllt, einfach von hinter der Kamera, äh, weil wir ja keinen am Telefon hatten, ja, so, aber da kann man eben auch sehen, ob ein Schauspieler richtig was drauf hat, ne, wie der da reagiert, ne, und dann Mami kann nicht ans Telefon kommen, die hatte leider einen Autounfall, und so weiter, ja, also, äh, das war, denke ich, hat schon sehr, sehr gut geklappt, ja, das ist schon klasse, ne, und das ist eben, andere Leute, wenn man so mit, Ben Kingsley, hab ich ja gearbeitet, ich hab mit Jason Stessem und so gearbeitet, die könnten sowas nie, ne, also wenn Ben Kingsley nicht genau alles, äh, aufgeschrieben hat vorher, äh, ist er auf einmal nicht mehr Gandhi, ja, also, äh, ist dann auf einmal Feierabend, ja, und, äh, so ist es wirklich, also, äh, da ist, es ist schon eine andere Situation, ne, äh, und, und der hat aber da wirklich die, die, diese Möglichkeit, dann wirklich in die Rolle da rein zu schlüpfen, was sehr gut ist, ne, ja, ja, wie viel von Bill steckt denn in dir selber, sag mal, als Akteur gegen das ist hermische, das wird hier natürlich in klimischer Hinsicht, ja, äh, ne, also was, was Bill da sagt in seiner Rede, ja, würde ich zu 80% absolut unterschreiben, also, das ist genau meine Meinung, ne, äh, und ich, äh, würde natürlich jetzt nicht sagen, bringen alle um, äh, so würde ich dann doch, sagen wir mal am Schluss sagen, ja, vielleicht sollte man das doch besser nicht machen, aber, äh, 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 insgesamt denke ich schon, wir haben einfach, wir haben ja den Nachteil, das ist ja der Punkt, wir haben, äh, ich bin 1965 geboren, wir haben einfach so, unsere Generation läuft so durch so eine, äh, äh, relativ, sagen wir mal ruhige politische Passage, die jetzt gerade, ich meine, klar, wir, aber wir sind ja nun mal nicht im Irak, also hier ist es ja relativ sicher, ja, so, und, äh, ich habe so den Eindruck, das macht uns alle irgendwo auch zu weicheiern, also, es macht uns alle irgendwo zu, wir machen die Augen zu, und hoffen irgendwie, lavieren wir uns aus allem so raus, und, äh, äh, und da finde ich eben, da sind so Situationen, wenn wir überlegen, der Assange sitzt jetzt seit zwei Jahren oder so in diesem Haus in London, in dieser Botschaft, ja, und kann da nicht raus, also, äh, das gibt es doch gar nicht, ich meine ganz ehrlich, ohne Wikileaks, äh, Wikileaks war einer der wichtigsten Dinge für, für die Weltgeschichte der letzten 20 Jahre, was, was haben die alles, äh, äh, sozusagen uns vor Augen geführt, ohne Wikileaks, äh, hätten wir gar nicht gewusst, dass die alle gelogen haben von Vereinten Nationen, von den, die amerikanischen Politiker, wir hätten das nie gesehen, wie dieser Helikopter sich da totlacht, diese Leute alle, erschüttert, diese ganze Nacht, das wäre alles gar nicht da gewesen, die, die wirklichen Granaten, und wir, und wir machen nichts, ne, eigentlich müsste man da mit, mit, hunderttausend Leuten hingehen, alle die Maske aufziehen und ihn rausholen, er ist dann einer von allen, ja, und, äh, und, und er ist dann einer von allen, ja, also eigentlich, man, man kann auch nicht wirklich wissentlich, hier war ja zum Beispiel immer mal, wenn Leute diskutieren, warum habt ihr nichts gegen Hitler damals gemacht, oder eure Opa und Oma und so weiter, wieso haben die nicht versucht, irgendwie, äh, Hitler, äh, zu bekämpfen, ja, aber ich meine, was machen wir denn, ich meine, wir machen uns ja schon ins Hemd, wenn man irgendwie, äh, äh, mal verhaftet werden könnte, oder so, ich meine, das ist ja lächerlich, also im Vergleich, was wir für ein, äh, für ein Risiko eingehen würden, wenn wir, wenn jetzt wir sagen würden, wir holen den Snowden nach Deutschland, und so, was sollen die Amerikaner machen, mit uns Krieg anfangen, oder was, wäre einfach eine politische Entscheidung, müssten sie hinnehmen, ja, aber wir können doch nicht allen Ernstes zu unseren Lebzeiten so einen Typ wie Snowden in Amerika 40, 50 Jahre in den Knast gehen lassen, weil wir den nicht aufnehmen, also, da könnte man auch, also, da wäre für mich als, äh, äh, generell, in der Demokratie, aber auch als Politiker, ich könnte, wenn die Amis dem Snowden einbuchten, für 40 Jahre, könnte ich mit denen nicht mehr reden, und ich sage, tue mir sehr leid, aber wir brauchen uns gar nicht mehr zusammenzusetzen, solange der Typ im Knast ist, äh, interessiert mich das alles ein Scheiß, was der hier auf der G7 sagt, also, ganz im Ernst, das ist, ist einfach unakzeptabel, wenn so jemand dann dafür bestraft wird, dass er uns nichts anderes als, als wichtige Informationen, äh, und der Welt wichtige Informationen zur Verfügung gestellt hat, ne, und diese ganzen, äh, dieses ganze Gerät, immer der Durchschnittleute in Gefahr geraten, sind sie eben nicht, beim Snowden überhaupt nicht, und bei Wikileaks auch nachweislich, äh, kann man wirklich keine Leute, sozusagen, jetzt zeigen, der ist erschossen worden, weil der zu spät abgehauen ist, als der Name durch, von Wikileaks, jetzt, äh, auf einmal da von den Arabern gelesen wurde, ja, und so, es gibt gar keine wirklichen Beweise dafür, und dieses, dieses Ding mit Assange, diese Vergewaltigung in Schweden, und das dann, Haftbefehle, das ist doch alles Quatsch, das ist ja so offensichtlich, dass das vorgeschobene Argumente sind, um ein Haftbefehl zu erwirken, gegen jemanden, das ist ja nahezu lächerlich, eigentlich, so, also, äh, äh, und, und, dass wir das alles, wir machen das einfach so mit, und, äh, werden da wahrscheinlich noch, ja, uns sozusagen, die Frage ist, wie lange kann man sich eben im Spiegel angucken, ne? Frau Geklin, Wien wollten es dann wählen? Ja, ich habe in Deutschland gar nicht mehr gewählt, die letzten zwei Wahlen habe ich nicht mehr gewählt, weil, für mich, äh, war es so, dass, äh, eben leider die politischen Parteien in Deutschland, haben für mich alle die Glaubwürdigkeit verloren, also, sind auch, äh, äh, machen die genau dasselbe, also, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen, äh, SPD, CDU-Regierung und CDU-FDP-Regierung, oder vorher SPD-Grüne, also, wo ist denn der konkrete Unterschied? Also, ich sehe da keinen, keinen Unterschied. Ich sehe nur eins, dass Deutschland immer so, und im Prinzip, äh, sage ich ja gar nichts dagegen, äh, wegen die Merkel ist, äh, bei vielen, vielen Sachen macht die Merkel es richtig, indem sie nicht überhastet entscheidet, eben keine Kriegstreiberin ist und so, das ist ja alles vollkommen klar, wir haben auch in Deutschland ein viel besseres System, äh, als in den USA, aber gleichzeitig, wenn es dann darum geht, mal Rückgrat zu beweisen, da ist Deutschland null. Das muss man leider sagen, also, da haben wir, wir haben 0,0 wirklich Rückgrat, ne? Ich würde auch nicht im Erdogan, äh, in Köln vor 25.000 Leuten, Reden schwingen lassen gegen Deutschland. Und, äh, wie beschissen Deutschland ist und so weiter. Äh, da muss man eben auch sagen, ja gut, was passiert denn, wenn irgendeiner, äh, in Istanbul eine Rede gegen den Erdogan hält? Der kann aber froh sein, wenn er noch an Flughafen ankommt. Ja, so, also, ne? Ja, und, äh, das ist ja, äh, also, ich meine, Toleranz muss ja immer auf allen, äh, in alle Richtungen, äh, funktionieren, ja? Und da haben wir schon ein Problem, auch aufgrund der Vergangenheit, äh, von Deutschland, äh, nur, meines Erachtens ist dieses, dieses Nicht-Selbstbewusstsein, äh, funktioniert so nicht mehr. Also, ich glaube, dass Deutschland sich doch so wirtschaftlich, wie Deutschland darstellt in Europa und auch als so, äh, leading, äh, führende Nation in Europa, kann sich Deutschland so in vielen, äh, äh, Sachen einfach nicht mehr verhalten, wie sich, wie sich Deutschland verhält. Da muss man dann auch mal dem Obama sagen, äh, äh, Junge, äh, äh, weißt du was, Baustopp beim NSA-Gebäude in Wiesbaden. Ich bin extra mit dem Fahrrad hingefahren, äh, ja, weil ich, äh, weil ich in, äh, in Mainz wohne. Ja, bin mit dem Fahrrad nach Wiesbaden gefahren und hab mir mal diese Baustelle da von der NSA angeguckt, ja. Und da geht's mal locker 80 Meter in den Keller. Ja, und ich brauch kein 80 Meter Keller, wenn ich ein Weinregal irgendwo hinstellen will. So, sondern, ja, sondern nur, weil da die ganzen Leitungen durch den Keller gehen, direkt von der Telekom da durchgeleitet werden, damit eben alles schön, äh, abgezapft werden kann und so weiter, ja. Und da war nicht einen Tag in dieser ganzen Krise, auch mit Untersuchungsausschuss und so weiter, da war nicht einen Tag Baustopp. Ja, aber das wäre das Erste gewesen, was man, auch jetzt noch, wenn man sagt, wir machen einen Untersuchungsausschuss, ob hier kriminelle Aktivitäten in Amerikaner erfolgt sind, da muss man doch zuallererst mal auch gewisse Entscheidungen fällen, die dann das auch symbolisieren, dass das ernst genommen wird. Ja, und da kann man ja nicht ernsthaft zum Beispiel da die NSA weiterbauen lassen. Ne, oder, äh, also, äh, das ist doch lächerlich, so, sowas. Und das finde ich, wo, wo dann eben dieses, das wird dann für die Presse, weil dann Anne Will und so darüber reden, ja, da wird dann mal so ein bisschen Zinnober gemacht, aber es wird dann am Schluss auf der Handlungsebene wird eben gegen diese Abhörsache zum Beispiel nichts gemacht. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass nach wie vor Merkels Handy abgehört wird. Ja, das wird dann anrufen, ah, das machen wir nicht mehr. Ah, super. Also ich meine, wie blöd ist man denn, wenn man sozusagen die gesamten Informationen nur über so Snowden im Prinzip kriegt, ja, und, äh, denkt dann, wenn einer sagt, das tut uns jetzt leid. Also jetzt, Merkels Handy wird nicht mehr abgehört, aber alle anderen natürlich, die die Merkel anrufen. Und dann durch Zufall hat man natürlich auch die Merkel weiter abgehört dadurch, weil man alle anderen Anrufe abgehört hat. Es ist ja total absurd. Ja, so, äh, äh, es ist einfach unglaubwürdig. Und da fühlen wir sich natürlich stellenweise, denkt man, mein Gott, man ist wie im Kindergarten. Und ein Freund von mir, also ein langjähriger Freund, der arbeitet beim BKA, ja, wir fahren immer Fahrrad zusammen und der sagt eben auch, seit Jahren läuft so ein Austausch von Informationen natürlich zwischen den Amerikanern und den deutschen Behörden und so weiter. Und dann vor Gericht wird dann oft gesagt, wie, äh, also der BKA oder BND, meistens läuft dann über BND, da steht dann eben, es ist, äh, sozusagen bekannt geworden. Ja, also es wird dann nicht gesagt, wo ist die Quelle, wo, warum ist das bekannt geworden, wo kommt die Information überhaupt her. Und das bedeutet eigentlich, dass die Quelle von den Amerikanern kam, weil man eben es einfacher hat, ja. Warum soll ich mit dem Richter reden, nur um Telefon abzuhören, wenn ich einfach meinen Kollegen anrufen kann, der sowieso alles abhört, ja, und sagt dann so, hier folgende Telefonnummer, schickt mir mal die Transkripte rüber. Ja, und solche Sachen laufen zwischen den Behörden. So, und, äh, das ist aber natürlich absolut rechtswidrig. Ne, also ich meine, äh, das ist nun mal alles nicht erlaubt. Ja, aber es, äh, es wird aber täglich gemacht. Ja. Ja, es ist halt, ich denke, das Problem wirklich, dass da keiner wirklich was dagegen unternimmt, jetzt auch auf politischer Ebene, ist halt einfach, dass es halt irgendwie, es ist gefährlich, ja. Es ist wirklich gefährlich, sich da wirklich gegen aufzubauen, und man hat ja auch, wenn man jetzt ein normaler Mensch ist, eigentlich nie zu verlieren, man hat eine Familie und so weiter und so fort, ja. Und was, was macht man ja also, um die Familie zu beschützen und, äh, um halt einfach sein Leben zu leben, ja, weil es ja auch, es gibt ja auch andere Probleme, die einem privat, die man privat hat. Ja, aber das ist so ein voreiliger Gehorsam. Das ist das, was ich jetzt eben meinte, wenn man früher irgendwie wirklich was gegen Hitler gemacht hätte, wüsste man irgendwie, die SA kommt innerhalb von drei Stunden und schießt mir die Hürse weg. Ja, also da, äh, sozusagen, da habe ich die wirkliche, hundertprozentige Garantie. Ich habe mir gerade mein Todesurteil unterschrieben, ne, indem ich auf der Straße geschrieben habe, irgendwie Hitler ist ein Arschloch, oder so. Also jetzt als Beispiel mal, da hat der, so blöd wäre man auch nicht gewesen, aber der, aber, aber, äh, aber der Punkt ist, dass man eben, äh, äh, hier ist das ja sozusagen, du verhältst dich stromlinienförmig, weil du das denkst schon. Ne, so. Und, ähm, ich meine, ich weiß ja auch nicht, vielleicht bin ich auch schon längst auf dem Kiker, äh, und so weiter, äh, ich werde ja abgehört, werde ich ja sowieso, also, äh, das ist ja klar, weil jeder abgehört wird, aber, äh, aber es ist ja, man weiß ja nicht, wie, äh, wie es ist, aber ich habe mir einfach vorgenommen, ich lasse mich nicht zensieren. Also ich mache es so, wie ich es richtig finde, wenn dann die Amerikaner jetzt gesagt, ja, haben sie, den Film können wir nicht zeigen, und so weiter, äh, dann hätte ich Pech gehabt. Ne, das wäre natürlich scheiße gewesen, für den, also für den Rückfluss, des Geldes, ja, wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, aber, äh, komischerweise ist da Amerika, Amerika ja immer, immer sehr liberal, ne, also wenn es da um Filme geht oder so, da habe ich noch nie einen Zensureingriff gesehen, wie hier bei Rampage 1, der von der FSK, äh, keine Freigabe gekriegt hat, und so, in Amerika, egal, was ich da gedreht habe, das ist immer ab 16, kein, also, gezeigt wird es dann trotzdem irgendwie, ne, und, äh, sozusagen, da, da sind sie sehr, sagen wir mal, äh, easy, mit solchen Sachen, ja, aber, äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie die darauf reagieren würden, wenn sie im Weißen Haus den Film sehen, dann würden sie vielleicht doch sagen, wir hatten den Film gemacht, ja, der muss sofort, äh, irgendwie, kümmern, dem Haarpaft werden, ja, das weiß man natürlich nicht, ne, so, aber, ähm, ich denke, das Risiko muss man einfach auch eingehen, ist auch nichts, wo man sich für verstecken muss, sondern, äh, ich bin ja happy, wenn man in der richtigen, äh, politischen Diskussionsrunde diese Sachen mal diskutieren könnte, ne, und dann wirklich die, die Sache so, äh, auf den Punkt bringen, ne, und, äh, es war wirklich interessant, der Green, äh, bleibt da vom Guardian, der also ja alle diese Snowden-Sachen veröffentlicht hat, der war letztens in meiner Lieblingsshow im amerikanischen Fernsehen bei Bill Mayer, bei HBO, das ist so eine Talkshow, und der Bill Mayer ist ja eigentlich auch sehr, sehr, äh, äh, sagen wir mal, äh, jetzt gegen Republikaner und so weiter, ja, so, und da hatte, da hatten sie dann so einen Typ dabei von der Veteranenorganisation, von den Soldaten, und er so, wenn der Snowden ein Patriot ist, dann kommt er auch zurück, ja, und dann der Green, äh, heißt der Green Blood? Green Blood. Green Blood. Er ist zehnmal größter Patriot, der ist zehnmal mehr, als ihr beschissenen Navy Seals, äh, äh, Gehirn amputiert, und er hat denen sowas von rund gemacht, und ich fand das super, ja, und er hat dann eben gesagt, der Snowden hat sein Leben zerstört, weil er es nicht mehr aushalten konnte, der hat überhaupt nichts davon gehabt, ja, so, und da ist da, ich, was kann man eigentlich für, für einen klareren Fall haben, wie Snowden, der aus, aus rein altruistischen Gründen gehandelt hat, eben jetzt nicht aus egoistischen Gründen, ja, und der Typ, da muss man doch, wenn man dann denkt, der Obama hat ein normales Herz, ist ein normaler Typ, der so rüberkommt, wie bei seinen Reden immer, dann muss der das auch sehen, da muss doch irgendwann gesagt werden, natürlich, äh, für uns, für CIA und für NSA, war das natürlich Pech, dass das jetzt alles rausgekommen ist, aber für Amerika, für die Demokratie, war das doch das Wichtigste überhaupt, da muss doch diskutiert werden, was machen wir hier eigentlich, wir sind ein Überwachungsstaat geworden, ne, und wenn man andere Statistiken, die ich jetzt, ich konnte ja nicht alles hier reinbringen, aber zum Beispiel vor 25 Jahren, SWAT-Teams, also die da reinkommen, waren im Jahr 16, 17 Mal im Einsatz, in den USA, also so SWAT-Teams, die dann eben ein Gebäude gestürmt haben, letztes Jahr 48.000 Mal, in den USA, ja, diese Militarisierung, das ist ja auch eine Folge, der, dass jeder Waffen hat, wenn ich in den USA angehalten werde, kommt der Polizist aus einem Auto raus, äh, Taschenlampe und, äh, Pistole, ja, so, da weiß man gar nicht, wie man sich verhalten soll, soll man die Papiere zeigen, Führerschein rausholen, oder soll man einfach nur so sitzen bleiben, Hände auf dem Lenkrad und so weiter, man wird behandelt, als ob man eben, möglicherweise eine Waffe hat, ja, diese ganzen Polizisten, diese ganzen Aktionen, wo Polizisten Leute umbringen, bei Verhaftung und so weiter, ist ja, weil die absolut psychopathisch geworden sind, dieser ganze Staat lebt in Angst, lebt in, äh, äh, keiner weiß, äh, wer ist der jetzt, wenn ich die Tür einbreche, in dem Haus, brauche ich natürlich ein SWAT-Team mit den Schildern und so weiter, weil ich denke, der Typ sitzt da jetzt mit fünf, äh, Gewehren, ja, so, und diese ganze, diese Unberechenbarkeit, das ist alles Folgen der, keine Waffengesetze, keine Waffenkontrolle, das hatten wir bei uns in Bayern vor drei Tagen, was war das? Westen haben im Hinterhof, ja, die hat zu Westen mit über die erschossen, Echt? Ohne Waffe? Hat der nichts gehabt, oder hat der eine Waffe gehabt? Der hat nichts gehabt. Und warum haben die den erschossen? Ja, da müssen wir im Urwohnung nachfragen. Also nach dem Motto, der hat aber, der hat einen kleinen Geziel, da hat den Kopf getroffen. Ja, der ging im letzten Moment auf die Knie. Ja, so, aber, das sind aber Ausnahmen, das sind aber Ausnahmen in Deutschland. In Deutschland passieren, 16 Ausnahmen im Jahr. Ja gut, ist schon viel, aber 11.000 Leute in den USA einfach so erschossen werden, Sollte man mal unterscheiden, wie er ihn erschießt? Ob die erschossen jetzt von der Polizei erschossen? Ne, ne, das F.000 in total in den USA, aber die Polizei in den USA erschießt vielleicht so ungefähr 800 Leute im Jahr. Also ist ja, gut, es sind auch mehr Leute, es sind natürlich mehr Situationen, ja, aber, naja, aber zu guter Letzt ist es tatsächlich so, dass eben diese ganzen Sachen haben natürlich immer diese anderen Konsequenzen noch, ja, und dieser, sagen wir mal, dieser Negativ-Touch, der in Amerika schon politisch so rüberkommt, finde ich schon, äh, tschüss, bis morgen, der, äh, äh, macht mir persönlich schon, gibt mir sehr große, äh, einfach Angst auch über diesen Zustand des Staates da, ne, warum wird man, du warst ja auch mal in Amerika, viele Leute waren da, dieses Gespräch an der Grenze, ich meine, wieso guckt er sich nicht meinen Pass an, macht einen Stempel und ich gehe weiter, wieso quatscht er mich an, was ich da mache, ja, ich meine, diese ganzen Sachen, das ist natürlich alles Blödsinn, ne, äh, solche Sachen, und wenn man dann irgendwie eine flapsige Bemerkung macht, ist schon alles vorbei, dann sitzt man erstmal anderthalb Stunden, äh, dahinter und muss dann warten, bis sie sich herausgestellt haben, ne, man ist kein Terrorist, ja, äh, äh, und, äh, ist einfach so, diese Unannehmlichkeit, diese, wie die Leute rüberkommen, ne, man muss genau tun, äh, was die einem, äh, 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 vorschreiben, sonst wird man eben weggetasert, auf gut Deutsch gesagt, ja, so, also das ist schon, äh, finde ich schon schlimm, da ist schon bedeuten besser, man ist in Deutschland, ne, ja, ja, noch zwei Fragen, vielleicht, und dann haben wir auf, ja. Hier, nur die Frage, hast du jetzt die deutsche Synchro gemacht? Ja. War gut, war gut. Ja, aber ich habe schon gemerkt, war nicht ganz lip-synchron, die hätten da mich noch besser, ran schieben müssen, äh, aber so, so ist es eben, ja. Ja, sie hatten noch, äh, also, wir, oder, ja, nee, sagst du, sagst du, ja. Warte, wenn ich mal vorweg greife jetzt, äh, eine Frage, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt, einen Film, einen Action, einen harten Actionfilm gewählt, für deine Aussage, die so, sehr stakkato-artig irgendwie ist, so Action, Aussage, Action, Aussage, ist das so für dich, so die, wirklich die bevorzugte Form, deine Aussage in den Film zu bringen, oder hättest du gesagt, eine andere Genre, könntest du dir auch vorstellen, aber ist vielleicht, keine Ahnung, wirtschaftlich nicht so leicht zu machen? Nee, also erstens muss ich ja sehen, dass ich die Filme verkaufe, sonst, äh, so als Actionfilm kann ich natürlich solche Sachen besser verkaufen, ja, so, äh, weil, äh, leider, äh, habe ich keinen, äh, sagen wir mal, reiche Eltern oder so, also ich muss jetzt sozusagen, die Filme müssen sich einfach wieder recoupen, ja, so, das ist der eine Punkt, und der andere Punkt ist eben, äh, ich bin eben auch gelangweilt von, von dieser, äh, Drama-Melange, die wir manchmal im deutschen Kino haben, oder im europäischen Kino, ne, wo dann irgendwie, Christian Petzold hat dann, äh, 20 Terroristen, die sich, äh, drei Stunden miteinander unterhalten, ja, so interessiert mich, also ich meine, äh, ja, wofür hat man irgendwie Terroristen, ja, äh, damit, äh, so, ja, also, ich gehe da irgendwo anders ran, ich will einfach auch Kino machen irgendwo, oder Filme, die man so fühlt, wo man auch irgendwo denkt, ach du Scheiße, ja, was wäre dann in der Situation, und das, äh, finde ich schon, äh, das macht mir auch mehr Spaß, das zu drehen, wenn wirklich was passiert, also ich wäre jetzt nicht als Regisseur happy, einfach nur Ehen vor Gericht zu drehen, ja, also, sondern, äh, das ist natürlich, äh, dann auch, äh, äh, ich denke schon, dass diese, diese, äh, Action oder Gewalt dann eben auch, äh, dafür guckt man ja auch irgendwo Filme, dass da was passiert, ne? Oder hast du zum Beispiel jetzt mit Max Schmeling ja auch mal einen Biopic gemacht, also ich sage jetzt mal zum Beispiel Edward Snowden Biopic, ist das was, was dich interessieren würde? Wird ja gedreht, die haben ja schon zwei, äh, 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 ne, weiß ich gar nicht, ob ich da sage, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja, äh, es war also, Max Schmeling war, äh, für mich einer der, äh, sozusagen der Filme, die ich am wenigsten, die mich am wenigsten interessiert haben, aber dafür war die Finanzierung einfach da. Ja, also so, so war es dann eben, ja, es war wirklich so, dafür ist das Geld jetzt da, für was anderes nicht und wenn man die Möglichkeit hat, dann einen Film zu drehen, dann habe ich ihn auch gedreht. Ja, ich bin ja Box-Fan, also das hat mir schon Spaß gemacht, aber, äh, es war jetzt nicht so, also an sich dieser Stil von Max Schmeling ist einfach nicht der, die Art und Weise, wie ich normalerweise Filme drehe und es ist natürlich alles so mit angezogener, Handbremse, ne, also es ist alles, äh, dann eben doch, da ist auch im deutschen Fernsehen, die ARD hat den Film ja, äh, gekauft und so weiter, dass das eben auch irgendwo, äh, so, äh, eingängig ist, ne, ich verstehe auch, dass viele deutsche Filme einfach auch keine andere Wahl haben. Sie brauchen den Fernsehpartner, sie brauchen die Filmförderung, ja, was willst du denn machen, wenn die da, äh, die würden so ein Ding natürlich nie mitfinanzieren, äh, sozusagen, ja, und das ist dann leider, äh, muss jeder natürlich sich damit abfinden, mehr in der Situation, wie er persönlich ist, ja, da oben war, ja, ganz hinten. Jo, äh, ich habe noch eine Frage, äh, warum glaubst du, wie du vorher sagtest, dass die Filme in den 80er Jahren irgendwie mehr Mut hatten, so, äh, 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 aufzugreifen, entgegen, also glaubst du, das sind so politische, ist das eine Konsequenz von politischen Entwicklungen, so, nach Kalten Krieg und auf einmal das alles, wie es nicht gerade war? Ich glaub nach Vietnam und so weiter, diese ganze, so die 68er Generation, diese Nachfolgegeneration da, äh, wie Coppola und solche Leute, die waren dann einfach auch mutiger, ne, die haben dann einfach auch gedacht, so, ich mach das jetzt, äh, einfach mal, und, äh, äh, zwar auch Finanzierung von den Filmstudios da für, eben jetzt nicht für Avengers und Iron Man nur, sondern eben auch für die durch die Hölle gehen, äh, oder, äh, äh, Goodfellas oder der Pate oder sowas, ja, und das ist natürlich schon, äh, das ist die Art Film, die mir viel besser gefällt, wie die Filme, die heutzutage im Kino laufen, also ich, äh, äh, kann mir die meisten Sachen wirklich im Kino gar nicht mehr angucken, ne, also der letzte Film, den ich richtig super fand, war Wolf of Wall Street, das war für mich so ein Film, wo ich mir gedacht hab, endlich hat der, Scorsese noch mal einen guten Film gemacht, und wieder zurück zu, wo er mit angefangen hat, der hat mich so an Goodfellas erinnert, und so an solche Filme, wo einfach so, wo man einfach geguckt hat, und, äh, hat dann, äh, ist in so eine andere Welt, in so einer anderen Welt da aufgesogen worden, und überragend gespielt, über, überragend gemacht, auch, äh, der, äh, hätte natürlich auch einen Oscar kriegen müssen, als bester Film, im Abstand der besten Film von den, äh, Nominierten, ne, aber, so ist das ja, ja, natürlich leider oft, also, aber ich denke schon, dass da war eine, eine andere Art, äh, die Leute waren auch, auch mehr Abenteuer bereit, wann hat's denn zum Beispiel mal den letzten deutschen Film gegeben, der so wie Fitzgeraldow war, oder so, ne, so Filme, äh, auch zehnmal besser wie alles, was in Deutschland überhaupt, letzten zehn Jahren gedreht wurde, ne, also, äh, das, das ist eben so, das ist ja auch so ein Spiegel, also, wenn man sich so die Weltpresse zum Beispiel anschaut, könnte man ja meinen, die Leute wären auch so ein bisschen Epochenverblöd, dass sie eigentlich am liebsten, so, Gaza-Ukraine-Konflikt am liebsten retrospektiv aus zehn Jahren Entfernung schon wieder betrachten würden, damit sie sagen können, so, damit sie so eine abschließende Haltung haben kann, bei dir und bei deinem Film sieht man jetzt ja, also du machst ja auch total angreifbar, weil du irgendwie so Stellungen beziehst dann, oder auch gar nicht mehr so richtig weißt, das ist ein zynischer Kommentar, wird man da irgendwie den Uwe Boll durch den Bill Williamson hinweg sprechen, oder ist das auch nur so ein Fluchtversuch, weil man ja heutzutage total keine, gar keine Haltung mehr entwickeln kann, weil man ja irgendwie alles versteht, also, versteht die russische Seite, die ukrainische Seite, Ja, aber mir ist wichtig, dass es, also mir ist wichtig, dass es dann, ja, mir ist auch wichtig, dass es eine Haltung gibt, also da ist ja der Punkt, also die meisten, das ist ja heutzutage alles so wachsweich, dass das, keiner hat ja Männerhaltung, alle versuchen immer alles, und am Schluss sind die 60 Minuten darüber diskutiert, oder einen Film gedreht und so weiter, und keiner hat mir wirklich gesagt, so, jetzt wird das so gemacht, jetzt, also, das finde ich schon wichtig, dass man irgendwie, dafür ist man auch irgendwann erwachsen, dass man zu den Sachen steht, die man macht, oder zu den Sachen auch steht, die man, wo man sagt, ich habe mich jetzt mit der Situation auseinandergesetzt, es gibt viele Sachen, da habe ich keine Meinung zu, also jetzt der Ukraine-Russland-Konflikt, ganz ehrlich, wer jetzt da richtig böse ist, und so weiter, da würde ich mir jetzt keine Endmeinung irgendwo zu, sozusagen in irgendeiner Art und Weise erlauben, ja, aber bestimmte andere Sachen, da habe ich mich eben eingelesen, da habe ich mir die nötigen Informationen besorgt, und da habe ich dann eben eine Meinung zu, ich habe eine Meinung zu den Waffengesetzen in den USA, ich habe eine Meinung zu dem Gefängnissystem und so weiter, ja, so, und zum Beispiel, ich habe ja, das war mal, ich kann es ja auch erzählen, ich bin also in Kanada, weil der Michael Moore hat ja in Bowling for Columbine, hat er ja gesagt, in Kanada gibt es genauso viele Waffen wie in den USA, aber keiner wird, also gibt es keine Amokläufe, die Leute werden nicht erschossen und so weiter, aber es ist alles Quatsch, es ist gelogen von Michael Moore, das stimmt überhaupt nicht, ich habe in Kanada einen Waffenschein gemacht, deswegen, bin extra hingegangen, so, wie kriege ich denn eine Waffe, also habe ich wirklich bis zum bitteren Ende durchgezogen, und man muss einen zweitägigen Kurs machen, man muss eine praktische Prüfung machen, man muss eine theoretische Prüfung machen in Kanada, man braucht zwei Leute, die sich für einen verbirgen, es gibt einen politischen, einen Polizeibackround-Check, es dauert ungefähr, wenn man die Unterlagen abschickt, kriegt man sechs Monate später, wenn alles glatt gegangen ist, seinen Waffenschein, dann geht man in den Waffenladen, kann die Waffe gar nicht mit nach Hause nehmen, weil man erst noch eine Transportlizenz braucht, für die Waffe und so weiter, die Waffe muss abgeschlossen, entsichert sein, die muss sozusagen leer sein, also entladen sein, und so weiter und so fort, das ist die Realität in Kanada, und deshalb gibt es auch keine Amokläufe, und nicht, weil Michael Moore sagt, weil die Kanada aber alle nett und so weiter sind, einfach eine totale Lüge, weil er weiß, die Leute überprüfen hat überhaupt nicht und so weiter, Kanada ist genauso schwer, einen Waffenschein zu kriegen, wie in Deutschland und so weiter, und es wird eben keine Waffe an jemanden ausgehändigt, der nicht durchgecheckt ist, und der auch nicht weiß, wie man mit der Waffe umgehen kann, jeder, der irgendwo Waffen schon mal benutzt und so weiter, muss er auch wissen, wenn ich jetzt einfach überhaupt keine Ahnung habe, ich habe nur irgendwelche Filme geguckt, und kaufe mir jetzt eine Waffe, das ist höchst gefährlich, ja, also da kann man sich auch aus Versehen mal selber mit erschießen, oder wenn man gerade das Magazin reinmacht und will das Ding spannen, und dann kommt die Putzfrau rein, ja, wenn man Pech hat, löst sich dann doch ein Schuss, und so weiter, das ist einfach gefährlich, also man muss einfach aufpassen, und diese Sachen, wenn man da einfach ohne Kontrolle solche Sachen kaufen kann, oder haben kann, ist ein Riesenproblem, also, aber das, ich hatte in Mainz, weil wir hatten ja eine Vorstellung von dem Film schon, und das war da, ist so einer aufgestanden, der hat dann gesagt, so, das habe ich eigentlich schon 100 Mal gesehen, und er war natürlich gewohnt, normalerweise Regisseure, die sagen dann, ja gut, oder wie auch immer, und ich so, nee, hast du nicht, und er so, nee, doch, das ist doch alles scheiße hier, also er wollte einfach so richtig so Randale machen, so, ja, und ich habe dann so gesagt, hat aber so ein schönes Sakko an und alles, und war, hat ein Ämter an, und ich habe ihn einfach nicht von der Stange gelassen, also ich habe dann gesagt, so, welcher Hollywood Film, oder welcher Film, hat denn hier Snowden, NSA, und Tarantino Bay, sag mal doch mal, welcher Film hat er denn diese Sachen gezeigt? Keiner! Ich meine, die ganzen Filme, die du siehst, jede Woche, sind in Wirklichkeit verherrlichung dieses US-Militärapparats, von Iron Man bis Transformers, weil es ist eben der Punkt, deshalb habe ich noch den Film gemacht, ich gucke jeden Tag, wenn ich da in Vancouver bin, und in meinem Büro sitze, läuft immer VOD, ich gucke ungefähr 40 Filme die Woche, die Filme laufen einfach so durch, ja, und ich sehe im Prinzip alles, jeden Scheiß, von klein bis groß, so, aber mir zu sagen, ich habe da was verpasst, und so weiter, ist einfach Quatsch, ich weiß genau, was gedreht wird, ich weiß genau, was produziert wird, und ich weiß, es gibt nicht einen Film, der diese politische Radikalität hat, diese Message hat, diesen Inhalt, so wie er gibt, und nicht einen, ja, dann meinte er, Natural Born Killers, ja, Natural Born Killers, der ist 24 Jahre alt, ja, da gab es Snowden doch gar nicht, auch kein Guantanamo, Bay, und so weiter, also seit wann waren denn diese Sachen, das war doch Gefängnis in Natural Born Killers, da habe ich gesagt so, weil also in Natural Born Killers vor über 20 Jahren ein Gefängnis war, und Robert Downey Jr. wie so ein Amokläufer war, deshalb darf man jetzt keinen Rampage 2 drehen, da ist, aber du hast nichts dagegen, dass Avengers 3, Captain America 4, äh, und so weiter, dass diese Filme alle genau dieselben Filme sind, die jede, alle zwei Wochen ins Kino kommen, da regt sich kein Mensch überhaupt, der ist doch vollkommen hirnrissig, er ist ja abgehauen, ist aus dem Kino, aber, äh, 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 das finde ich schon wichtig, dass man so Diskussionen dann auch mal zu Ende führt, und nicht immer einfach so, ja, der Boll, der Polter, der stand denn in der Mainzer Zeitung, der Boll polterte rum, äh, Polter, Polterer in Hochform, stand dann da so, ja, und, äh, und da hat er geschrieben, ich hätte gesagt, das ist auch in der Mainzer Zeitung, das war unglaublich der Artikel darüber, ich hätte gesagt, Brendan Fletcher ist ein Arschloch, mit dem ich nie wieder zusammenarbeiten würde, steht da in der Zeitung, ich liese das so, ich so, da hat der es ja nicht mehr alle, ich habe gesagt, mich hatte einer gefragt, mit welchem Schauspieler würde ich nie wieder zusammenarbeiten, in dieser Diskussion, und ich habe gesagt, Michael Metzen, im Blatt rähnt, weil der immer besoffen war, und weil der gemeingefährlich, also sozusagen, Ben Kipps, die ist ja quasi vorher weggelaufen, weil der es als Schwäge in der Hand hatte, und war total besoffen, ja, und, ja, und, so, und Michael Metzen war einfach, äh, war für alle eine Katastrophe, und dann habe ich gesagt, mit dem Typ würde ich nie wieder zusammenarbeiten, weil er sich als Arschloch rausgestellt hat, so, und dann steht in der Zeitung, äh, ich würde nie mehr mit dem Arschloch Brendan Fletcher zusammenarbeiten, obwohl ich den ganzen Apropositiv über Brendan Fletcher geredet habe, da habe ich auch gedacht, hat der 18 Bier getrunken während des Films oder so, ja, und das ist ja schade, warum zum Beispiel hat der Journalist nicht nochmal mit mir, eine Abklärung gemacht, ne, man kann ja auch anrufen oder E-Mail schreiben und sagen, äh, äh, das machen die nicht, dass der ist. Nein, aber da werden, aber da werden, da werden diese absurden, diese absurden Bügen. Da ist sowas auch, da wird verdreht, und hinterher ist, ach so, aber sie haben das doch, ich glaube, oder, ach, egal, wir haben es getrunken, das ist wirklich so. Ja, aber das ist gefährlich, ist gefährlich, weil, was kommt aus diesem Mainzer Screening mit 120 Leuten am Schluss hervor, dieser eine Artikel in Mainzer Zeitung, wo man irgendwie denkt, äh, der Abend war ganz anders, als er vielleicht war, ja, und Wikipedia im Übrigen genauso. Ich habe selber versucht, mal Wikipedia Sachen zu verändern, also sozusagen, um die zu korrigieren, zum Beispiel da steht drin, ich lebe in Ontario. Ich weiß nicht, ich lebe noch nicht in Ontario. Ich lebe in Vancouver und in Mainz, ja, so, und, äh, da waren einfach so Daten total verkehrt. Dann habe ich die angeeben, also, äh, diese Änderung geblockt, geht nicht. Dann habe ich ein E-Mail verkehrt mit dem Advisor da Wikipedia geschrieben, habe ich geschrieben, die so, welche Quellen benutzen Sie für Ihren Angang? Ich so, ich bin Uwe Boll. Ich bin doch selber, ich bin es selber. Ich weiß, wo ich wohne, wann ich geboren will, wann ich zur Schule gegangen bin. Und Sie, welche Quellen haben Sie denn da abgedrückt? Von irgendeinem, Leute haben, beziehen sich auf Quellen von irgendeinem Online-Artikel, von so einem Videonerd. Das ist dann die Quelle, aber weil das eine Quelle ist, weil irgend so ein Typ geschrieben hat, äh, irgendwie, ich habe in, äh, München studiert und so weiter. Ich habe da in München gar nicht studiert, ich habe in Köln studiert. Solche Sachen. Weil die irgendwo gestanden haben, hat dann jemand, die bei Wikipedia gepostet und weil das eine Quelle war, wird das akzeptiert. Und weil ich ja gar keine Quelle habe, außer, die Wahrheit, mich selber, ja. Ich habe auch gesagt, ich will hier nichts verändern, wo steht, Uwe Boll hat schlechte Kritik gerichtet. Das will ich doch gar nicht verändern. Aber ich will einfach mal, dass diese Sachen bei Wikipedia, weil viele Leute gehen auf Wikipedia, um Leute zu kontrollieren oder zu überprüfen, zu gucken, wer ist das, dass diese Daten einfach stimmen, das ist bis heute nicht verändert. Gar nichts. Ja, und, äh, da habe ich auch gesagt, ja, dann kann Wikipedia, wenn man sich überlegt, Brockhaus wird nicht mehr gedruckt, äh, also diese großen Nachschlageberke gibt es ja alle nicht mehr. So, wie ist denn die spätere Geschichtsschreibung? Also wenn man jetzt, an meinem Fall muss ich sagen, da sind so 10, 15 gravierende Fehler drin, bei Wikipedia Sachen, die einfach komplett nicht stimmen. So, und dann, äh, äh, was ist denn später dann mit, mit wichtigen Themen, ne, wenn man da bei Wikipedia dann eingibt, Zweiter Weltkrieg, oder so. Also wer weiß, ich meine, ich habe das nicht kontrolliert, Zweiter Weltkrieg, aber, also, ich kann mir nur vorstellen, dass da unglaublich viele Fehler bei Wikipedia einfach sind, wo dann einfach Geschichte komplett verändert wird, wo es keinen Sinn macht, ne, da steht dann Assange, der Vergewaltiger vor zwei Schwedinnen, wurde am Schluss irgendwie vor der Londoner Botschaft von einem Terroristen erschossen, oder so, oder so, Quelle, äh, Aaldorf, äh, was, was immer, mein Facebook-Freund, ja, äh, ja, aber, ich meine, das gibt es doch gar nicht, also keine Quer-Recherche, gar nichts, naja, gut, das war's, ne, schönen Dank, ja. Applaus Vielen Dank.